Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Fortnite-Runde. Leute, wir zocken heute Fortnite Ranked mit einem ganz frischen Fortnite-Account. Ich will mal ein kleines Experiment machen, ob ich Solo vs. Duo No-Build hier was reißen kann. Ey, ich bin mit irgendjemandem drin. Ah, chillig. Ja, okay, wir haben mit Auffüllen anscheinend, aber ist mir egal. Wir machen Solo vs. Duo Ranked-Mode mit einem ganz frischen Fortnite-Account. Ich habe keine Ahnung, auf welchen Ranked er ist. Das sehen wir dann am Ende der Runde. Und wir haben schon mal ein paar Waffen. Das ist schon mal sehr nice. Zack, das nehmen wir mit. Und hoffentlich ist hier auch jemand gelandet, weil ich habe so das Gefühl, brutal bashen, schaut ein bisschen ausgestorben aus hier gerade. Aber was soll man machen, ne? Dann ist hier halt keiner. Ich habe wenigstens Spider-Future 023 mit in meinem Team. Spider-Future. Ich glaube, er ist gleich tot. Er hat schon Voll-Damage bekommen. So, ich bin bei Bäschen gelandet, aber irgendwie sehe ich hier keinen Gegner. Finde ich ein bisschen uncool, weil ich würde natürlich gerne direkt Leute wegfetzen. Nehmen wir noch eine Bewegung. Da baut jemand ab. Oh, hier ist ein Gegner. Nice, ist doch jemand da. Moin! Nice, down. Wo ist dein Mate, Junge? Wo ist dein Mate? Der hat safe noch irgendwo ein Mate hier rumstehen. Aber ist egal. Wir laufen erstmal ein bisschen. Vielleicht nehmen wir kurz das Jump-Hit. Und ich habe gesehen, zu Dingen sind super viele geflogen. Dahinter sind ein paar geflogen. Dann gehen wir erstmal dahin. Der kann ihn ruhig rebooten, das ist mir wurscht. Wir machen erstmal so ein paar Kills, würde ich sagen. Alter, ist der Gleiter fett. What the fuck? Dieser Standard-Gleiter ist ja riesengroß, ey. So, hier ist 100% jemand, oder? Ich glaube, hier habe ich jemanden gehört. Ja. Moin! Da drin. Hallo! Oh mein Gott. One Shot. Auch weg. Sehr schön. Da drüben wird geballert. Nice, abgestaubt. Wo ist dein Mate? Gibt es Bots im Ranked? Ich glaube, im Ranked müsste eigentlich wie Arena sein. Das heißt, eigentlich dürften hier keine Bots mit am Start sein. Ich glaube, die Leute sind einfach nicht so krass, ne? Ich habe auf jeden Fall meinen Kill bekommen. Und da ist noch einer. Egal, wir pushen einfach ganz schnell rüber. Moin, Chef! Na? Wie geht's dir? Oh! Down? Sehr schön. Darum haben wir ein 3D-Manöver. Das nehmen wir mal kurz. Und dann fetzen wir durch, weil ich glaube, in der City müsste eigentlich noch jemand stecken, oder? Ja, da drüben. Wo ist er hin? Ah, mit der Sip-Line. Ich habe ihn gesehen. Hier vorne. Nice, schöne Hitze. Cracked. Auch down. Let's go! 5 Kills haben wir schon. Ey, mein Teammate hat auch 3 Kills. Was geht bei dem ab? Junge, er ist eine Maschine. Ich glaube, ich will weiter Gegner suchen. Ich glaube, wir gehen in die nächste City rüber. Crazy, Mann. Auf 0 Arena-Punkt. Oder halt auf 0 Ranked. Ich bin echt gespannt, wie ich eingerankt werde. Vor allem, wenn ich hier so durchrassiere. Da muss sie ja relativ viel rein ranken, ne? Hier ist jemand Knock. Den lasse ich mal Knock. Hier unten schwimmt einer. Hallo. Oh mein Gott. Direkt mit dem Earthshot. Ciao, Bro. Schön war's. Wir lassen mal die Sniper liegen. Weil ich zocke mal eine Runde ohne Sniper. Ich glaube, ich pushe die einfach mit der Pump und der MP-Combie. Außer wir finden gleich noch irgendwie eine fette Waffe oder so. Also eine fette Pump. Dann können wir das noch wechseln. Nice, den haben wir auch down. Wo ist dein Maid, Bro? Wieso laufen die alle alleine rum? Wo sind denn die ganzen Maids hin? Hier war jemand. Da. Den kriege ich. Und einmal schlitzen und tschüss. Alter, Bro. Der Arme. Die armen Gegner. Holy shit. Die tun mir schon ein bisschen leid, ne? Ich glaube, hier ist keiner mehr in der City. Schau mal, ihr seht auch, wie stacked die Lobby ist, ne? 64 Leute noch am Leben. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Ich ziehe weiter durch. Wir können hier auf jeden Fall eine 20-Bomb fetzen. Vor allem, wenn die Lobby so gestackt ist. Die spielen alle halt relativ vorsichtig. Weil die halt nicht sterben wollen am Anfang. Und deswegen leben hier auch noch so viele. So, wir schauen mal zum Burg. Hier kann da auch noch einer sein, oder? So, einmal kurz hier hoch gucken. Hoppala. Ey, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Bot killt mich fast. Er ist einfach besser als die meisten Spieler. Holy shit. Ich wollte eigentlich nur ein neues 3D-Manöver. Und dann habe ich ihn aus Versehen gehittet, Mann. Okay. Wir hauen uns das hier rein. Wir nehmen hier die Pump mit. Wir hauen uns kurz mit dem Spray voll. Und jetzt könnte ich eigentlich eine Sniper mitnehmen. Weil wir haben eine relativ schöne Pump am Start. Und ich sehe auch schon Leute ballern in meiner Nähe. Ich will nicht so viel Zeit verlieren. Gibt hier eine Snipe? Ja, geil. Snipe nehmen wir mit. So, ich will keine Zeit verlieren. Hier irgendwo waren welche. Halt auf rumzuschießen, Leute. Nice. Down. Wo ist dein Mate? Ist egal. Wir gehen auf den da drüben. Boah, hat er Glück. Schöne Hits. Hinter mir hat noch jemand geschossen. Correct. Und auch down. Sehr schön. Irgendwo hinter mir. Hä, das waren seine Mates. Ah, okay. Da unten. So eine Hit. Junge, die sind so verloren. Holy shit. Was ist das für ein Rank? In was für einem Rank-Spiel? Hier gerade Bronze oder was? Ich glaube, es müsste der niedrigste Rank sein, ne? Ich glaube, ich kriege so einen fetten Up-Rank hier mit dem Account. Leute, wenn ihr meine Fortnite-Videos feiert, lasst unbedingt einen Daumen nach oben. Und ein Abo da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denn vielleicht knacken wir ja die 500.000 dieses Jahr noch. Das wäre richtig cool. Okay, hinter mir schießt jemand. Ach, hier unten. Schöner Hit. So, nice. Wo ist dein Teammate, Bro? Bist du auch alleine? Junge, die sind alle alleine am Chillen hier. 45 Spieler leben noch. Holy shit. Ich muss weiter gucken. Da waren Schüsse. Hier ist er. Oh, bitte schieße ich mich nicht ab. Oh. Nice, Aufdown. Sehr schön. Wir gehen weiter. Ich habe langsam die Vermutung, dass wir echt fast ein paar Bots hier drin haben. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir Ranked spielen und dann Bots bekommen, ne? Weil normalerweise ist in Fortnite Arena und auch in Ranked eigentlich so, dass keine Bots mit drin sein können. Ich bin auf der Suche. Wir schauen weiter Richtung Bastion rein. Ist das Bastion? Ne, ihr Slappis, Slappis. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, der Boss ist noch am Leben. War doch gerade nicht so aus, als ob hier noch jemand am Start ist. Doch, da ist einer. Nice, down. Komm her, Bro. Oh mein Gott. Ah, was soll denn das? Junge, ich will hier nicht rein. Ja, wo ist er? Der genockte. Ah, okay, er ist tot. Ist egal. Überall verstecken sich noch Leute, ne? Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Ja. Da drüben. Schön geht es. Auch down. Richtig. Und noch mehr Schüsse. Das sind zwar die Bots, aber irgendjemand hat anscheinend die Bots angegriffen. Und wir müssen schnell darüber. Oh ja, ich sehe ihn. Ah, einer ist genockt. Geht man auf Finish gegangen hier kurz? Den Killer habe ich leider nicht bekommen, aber ist egal. Wo ist er, Jungs? Führt mich zu ihm. Ja, da ist er. Schön, jetzt. Down. Let's go. Oh, mein Mate ist down. Nice. Das heißt, wenn mein Mate down ist, das sind noch Gegner. Und ich habe noch ein Schwert gesehen. Holy shit. Wie aggressiv sind die Bots? Die hätten einen auch noch richtig gut, ne? Okay, ich muss kurz hier rüber. Wir haben hier zwei Splashies. Die haue ich mir kurz rein. Und irgendwo hatte ich noch ein Schwert gesehen. Irgendwo oben müsste noch ein Schwert liegen. Ah, da vorne. Okay, hier oben haben wir noch ein Schwert. Ich weiß nicht, ob mein Mate an den Bots gestorben ist. Könnte halt sein, ne? Tut mir leid, bro. Er ist geliebt. Nein, ey. Ah, der hat auch so lieb ein paar Kids gemacht, ne? Was hat der für Loot gehabt? Oh, nice. Danke für die Pump. Da vorne ist ein Gegner. Komm, 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 komm. Nein. Down. Hier rechts irgendwo. Nein, 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 nein. Oh, nice. Stopp. Let's go. Hey, ich weiß nicht, ob das alles Bots sind hier, ne? Das kommt mir schon echt ein bisschen komisch vor, wie die Leute hier spielen. Ah, vielleicht sind die auch einfach nur krass schlecht, ne? Vielleicht sind das alles so Anfänger oder so. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal ganz kurz nach oben. Da ist jemand. Ja, das ist 100% ein normaler Spieler. Down. Die sind zwei Steps. Ich glaube, die sind unter uns. Ah, ich lasse sie mal einnehmen. Ich glaube, die sind hier in der Höhle. Nope. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sieht ihr mich? Nice, der ist los. Ich habe denen auch schon Dickhits gegeben. Nice. Let's go. Buy it on. Woo, baby. Ja, dann ist das Slurp hier rein. Ja, die sind ja komplett verloren gewesen. Hat der andere Kumpel jetzt mal eingenommen langsam? Nee, der hat nicht eingenommen. Der ist gestorben. Ja, okay, scheiß drauf. Wir nehmen nicht ein. Wir haben 20 Kills, Leute. Let's go. Ich würde auch sagen, ich nehme nicht ein. Das ist nur Zeitverschwendung. Wir gehen lieber auf Kills. Und pushen die Leute, die wir hier gerade so sehen. Da rechts ist einer. Ah, nice. Still hits. Down. Sein Maid nimmt ein. Da ist er. Komm hoch, bro. Er kommt nicht hoch. Let's go, auch down. Nice one. Der hat 23 Kills. Mit meinem Maid zusammen sogar 30 Kills. Ich will nicht wissen, was ich hier eingerankt werde, ne? Es zählen natürlich auch die Games, die man davor mit dem Account gemacht hat. Und der Account hat nicht viele Games. Ich habe den, glaube ich, irgendwann mal hochlevel gemacht, damit ich... Oh, mein Gott. Nein, ich habe den Bot abgeschossen. Schön. Ich wollte eigentlich mit 0 Punkte Arena mit dem Account spielen. Guck mal, hier ist welche. Der hat mein Kill geklaut. Down. Ah, Mann. Ich muss den Bot killen. Der nervt mich sonst die ganze Zeit. Okay, nice. Krass, die Leute spielen auch mit Laserschwert die ganze Zeit und so. Okay. Nur noch drei. Ich bin so gespannt, mit was ich reingerankt werde. Okay. Da vorne sind Schüsse. Bitte stört mich. Okay. Bitte stört mich. Ich will die Kills machen. Ich brauche alle drei Kills. Banane. Knock. Auch beide down. Finale. Okay, wo versteckt sich der letzte? Finale. Oh. Eine ganz entspannte Pertibomb. Let's do this. Ich habe ihn gesehen. Ich bin der Zeit bereit, Leute. Drei. Zwei. Let's go. 30 Kills, Junge. Was war das, Alter? Ich habe zehn Level in einem Game gemacht. 500.000 XP. Wie viel? Insgesamt 700.000 XP mit einem Match gemacht? Ich bin so auf den Rank gespannt. Ohne Rank. Und? Bronze 3. Oh, Mann, ey. Ich habe gedacht, der wird höher eingerankt. Aber Bronze 3. Ja, meine Lobby war anscheinend eine Bronze-Lobby. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da für mehr Fortnite-Videos. Und wenn ihr Lust habt, dass ich mal mit jemandem zock, der in Unreal spielt, lasst unbedingt ein Abo da. Weil dann suche ich mir jemanden. Und mit dem zocke ich dann auf dem höchsten Rank. Jetzt waren wir gerade auf dem niedrigsten. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.